Hallo, hallo, Leute! Heute will ich euch mal was zeigen, was uns bei der Giant Core passiert ist. Und zwar, wenn man dort, wie es aussieht, Fireworks benutzt, also Feuerwerk, diese Spezialmunition, die man sich auf irgendeine Waffe draufpeppen kann. Ähm, es sieht so aus, als würde nach irgendeiner Zeit in dem Spiel das Spiel, keine Ahnung, sich verbocken oder, ähm, ja, glitschen oder so. Es ist nicht so, wie ihr hier sehen könnt, dass ihr auf einmal Zombies habt, die keine Arme und keine Köpfe mehr haben und trotzdem euch nur hinterherlaufen. Ja, das passiert ab 111 ist es aufgefallen, das ist eigentlich ziemlich lustig. Ihr müsst halt aufpassen, es sind keine Zombies, äh, wie irgendwelche kopflosen Zombies, die man einfach sonst messert und da fallen, ne, ne, die haben noch volle Gesundheit und dadurch müsst ihr halt aufpassen, weil die können euch immer noch totschlagen. Also es ist halt übelst lustig, weil, ähm, Oxy hat voll oft mit Fireworks irgendwann geschossen und voll oft gab es dann irgendwelche kopflosen, armlosen Zombies, die danach. Ja, Leute, also auf jeden Fall wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten und bis dann. Tschüss, tschüss.